Die Australierin Naomi Lewis brachte vier Kinder zur Welt, aber keine Geburt war so schmerzhaft und langwierig wie ihre Begegnung mit den australischen Brennösseln, auch Gympi Gympi genannt. Australische Brennössel Naomi fällt in die giftigste Pflanze der Welt schlimmer als jede Geburt. 1,8 im australischen Bundesstaat Queensland waren grosse Schilder davor, den australischen Brennösseln zu nahe zu kommen. Regierung von Queensland nicht ohne Grund, wie Naomi Lewis aus eigener Erfahrung.